Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich komme gleich vor, ich drehe ich auf allen vor! Herr Bundesminister, Herr Bundesfinanzminister ist hier, es gebührte Respekt, ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie über ihn auszuhören. Zur Demokratie hört die Diskussion und gehört das Zuhören. Es ist genug, diskutieren lassen! Bitte Sie, hören Sie zu, Sie können ja danach nur reden. Wir haben immer gesagt, wir haben immer gut zum Ausflug bringen. Aber jetzt bitte ich und fordere Sie an, ruhiger zu sein! Das wird ja nicht gewinnen! Vielen Dank, Herr Ruckwitz! Ich habe Verständnis für Protest! Du hast kein Verständnis! Lüge! Und mich beeindruckt auch dieses Bild, tausende Landwirtinnen und Landwirte, die hier nach Berlin kommen. Mich beeindruckt auch der Zusammenhalt, den Sie hier zeigen. Lüge! Lüge! Ich sage sehr klar, ihr Protest, er ist legitim und ihr Protest ist friedlich. Jetzt schon! Viele hatten Angst vor schrecklichen Bildern. Auch ich hatte die Furcht vor schrecklichen Bildern. Was die wirst du erleben! Es ist zum Glück in den letzten Tagen nichts eingetreten. Und dafür danke ich ihr. Wir stehen hier heute vor dem Brandenburger Tor, einem Symbol unserer nationalen Einheit in Deutschland. Stets im Grundgesetz, du Schweiß! Das ist ein Unterschied zwischen den Bauern und dem Klimakleber. Die Klimakleber haben das Brandenburger Tor beschwert. Die Bauern haben das Brandenburger Tor geehrt. Und das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied von der Politik und von den Medien, von allen, die befürchtet und geäußert haben. Dass sie künstlich stattdessen vor der liegensextremistischen Unterfunderung der Klimakleber waren. Und deren Sachbeschädigung und Gebäude der Tat. Denn das ist bereits fertig. Hau ab! Geh heim! Ich habe mich angehoben. Manche von Ihnen auch, weil sie hören wollen, was ich zu sagen habe. Ich habe die Einladung von Herrn Ruckliet gerne angenommen. Ja! Als Mitglied der Bundesregierung und auch persönlich. schon vier Jahre habe ich hier schon mal gestanden bei einer Demonstration. Damals ging es um die Düngeverordnung von Julia Knöckner. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass unwissenschaftliche Ideologie überwunden werden muss. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass ich für eine Agrarpolitik streite, die nachhaltiges Unternehmertum spart. Damals habe ich Ihnen gesagt, dass wir die Kluft zwischen Stadt und Land überwinden müssen. Wir müssen wissen, was es für eine Arbeit macht, was es für ein Aufwand ist und welche hohe Kraft es für ihr hat. Die Kluft! 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 Sie schützt unsere Umwelt. Sie verdient daher den Respekt der ganzen Gesellschaft. Und deshalb brauchen wir eine Agrarpolitik, die die wirtschaftliche Existenz der Betriebe sichert. Ich will, dass die Politik den Landwirtinnen und Landwirten vertraut, statt in die Betriebe hinein zu regieren. Lieder! 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 Ziel ist an Ihren Glaube, hier in Berlin würden nur irgendwelche Liebete politikieren ganz lang machen. Ich komme aus dem Bergischen Land, in den tiefen Feldern und dem Wald aufgewachsen. Als Städte-Bundesforster kenne ich die Forstwirtschaft. Ich bin Jäger. Ich bin schon fertig, wenn ich den Vorgestall einmal ausgenistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen. Und ich bin fertig zu machen einer Partei, die sich seit Jahrzehnten für den Mitgliedstaat einlässt. Lieder! 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 Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Appetit! Österreich und Josef das. Es geht um einen Weg für unser Land insgesamt, wie wir aus einer schwierigen Situation gemeinsam herauskommen. Shenkar und Deutschland gleich in Poke. Nach Ihrem Gespräch habe ich ein Gefühl für Ihre Situation. Du hast gar nichts, meine Damen und Herren! Ich halte die steigenden Kosten für die Verstorben und die Kraftstoffe. Sie haben hier gemacht! Ich komme mit Ihrer Weißausstelle und heute können Sie auch sagen, die Sie erfüllen müssen. Lügner! 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 Ich komme gleich vor! Ich zieh dich von der Lügenden, die noch bereit sind, hart mitzuarbeiten. Und ich teile Ihre Empörung über das Veränder. Und du bist doch da! Dann nimmst du das zurück! Ich muss den Politologen Ihnen erklären, wie Sie die Bögen bewirtschaften, von denen Ihre Familien seit der Nordfrohne leben. Holt ihn runter! Deshalb, Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrarwiesel hier sind. Nein! Das ist nicht ihr hier! Du drehst gerade mit deiner Regierung! Und jetzt werden wir nach Abise. Jetzt können wir nicht mehr was. Ich kann nur nicht mehr zurück sein. Ich bin gar nicht mehr zurück. Ich bin gar nicht mehr zurück. Ich bin gar nicht mehr zurück. Dann wurden wir in der Pandemie bis zum Energiepreisfluss in der Staatshilfe gesaß. Wir haben aber wieder zurückgefallen mit, du Arschloch! Von Ihrem Geld zahle ich jedes Jahr, 40 Milliarden Euro Zinsen immer mehr Schulden zu machen. Das wäre unverantwortlich. Hau ab, 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 hau ab. Wir sind durch die Stromsteuer für das Polizieren der Landwirt. Das habt ihr noch gemacht? Mit dem Krieg in der Ukraine, Lübner, Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Wir sind in einer Phase, wo es schwierig und hart und kontrovers ist. Wir sind in einer Phase, wo wir neu über die Aufgaben dieses Staates miteinander sprechen müssen. Nein, wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich bin der Verein, der wird gesetzt, weil ich Steuerzahler will, wenn man Steuer zahlt. Ich glaube, richtig alle, die haben sich zu tun. Aber ich habe eine sehr laute Euro, da ich sage. Dabei muss es sehr zugehen. Es darf nur besonderer, ob wir den unterstimmen, wir überein. Aber alle müssen ihren Beitrag leisten. Und was heißt das? Huuu! Huuu! Statt dich in den Rhein! Huuu! Wir leisten dir doch, du Schwein! Huuu! 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 Und auf der anderen Seite unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. So freiheitlich, wie du zum Beispiel, müssen wir ran. Wir sollten uns für die Leistungen für Asylbeleiber. Das ist eine Sprache, die wir haben, 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 die wir haben. Das ist nicht keine Frage des Willens, das ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Bidenjuste. Chile? 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 Das ist ein bestimmtes Wunder der staatlichen Förderung. Aber es gibt eine staatliche Förderung. Aus Brüssel und Berlin wird die Landwirtschaft in jedem Jahr mit 9 Milliarden Euro finanziert. Im Interesse der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler muss ich als Kampfminister daher immer fragen, welche Mittel sind nötig und welche Alternativen gibt es. Die Bundesregierung hat bei einer Prüfung festgestellt, es gab zu viel und es war zu schnell. Irgendwann darf sich bei der deutschen Landwirtschaft auch in Europa müssen erhalten bleiben. Es soll und es darf kein Sonderopfer der Landwirtschaft geben, sondern nur einen fairen Beitrag. Ihr Protest war also bereits erfolgreich. Nein, noch nicht, noch lange nicht. Die Bundesregierung hat ihre Argumente gehört. Bei der Akta zur Steuer ändert sich nichts. Das rübe Kennzeichen des Leibs. Aber nur auf der Ehe, du Lübber. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, hau ab, hau ab. Hau ab, 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 hau ab. Mein Angebot ist, wenn der Akta-Diesel ausläuft, dann müssen Zug und Zug auch die Belastungen für die Betriebe auslaufen. Dabei haben wir gemeinsame Interessen. Bürokratieanbau entlastet sich. Das erzählt der Schül 630, Jan! Ah, Lübner, Lübner, Lübner! Ich prüfe deshalb, ob wir die Tarifbettung oder eine steuerfreie Risikorücklage einführen können. Hör mal! Hol den von der Bühne! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Auf die Fresse! Ich hätte die Belegung aus dem nötiger Tragkraft. Die Kraftstoffe sind klimafreundlich und müssen erhalten bleiben. Wir müssen die wirtschaftliche Substanz ihrer Betriebe stärken. Das geht aber nicht nur mit staatlicher Hilfe. Wir können gemeinsam dafür sorgen, dass ihnen nicht immer neue Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Lübner, 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 Lübner! Ein Angebot an Sieg! Steck dein Angebot hier im Arsch! Lassen Sie uns nicht nur über den Agrar dieser Streitung sagen lassen, aber nicht nur mit Kratzer! Lassen Sie uns nicht nur über diese Kratzer der Landwirtschaft auf die Insgesellschaft schreiten! Hau ab! 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 Im Gegenteil! Jetzt ist die Gelegenheit EU-Pläne in die Flächen stille und in Frage zu stellen! Jetzt ist die Gelegenheit, die seit Renate Kühn aus den gezogenen Umweltspandards zu diskutieren. Jetzt ist die Gelegenheit, ideologische Bevormundung der Betriebe zu beenden. Das wird doch langsam sein! Jetzt ist die Gelegenheit, neue Perspektiven für nachhaltiges Unternehmertum in der Landwirtschaft zu schaffen. Bei dieser Debatte haben Sie mich an Ihrer Seite. Jetzt ist die Gelegenheit, die sich an Ihrer Seite verstanden hat, die sich an Ihrer Seite verstanden hat und die sich an Ihrer Seite verstanden hat. Aber wir sollen gemeinsam dafür streichen, dass wir wieder mehr Freiheit und mehr Vertrauen für die Arbeit erhalten. Und das wäre eine Chance in dieser Lage, die man nicht ausschlagen sollte. Neubahlen! 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 Vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein paar kurze Unterstützungsnoten von vielen...